Hallo Leute, ja, dieses Wochenende kommt das Let's Play nicht. Also, jetzt muss ich mal ehrlich sagen, ist euch ein Let's Play together wichtig oder überhaupt mal ein Let's Play? Also, es ist nämlich so, ich habe mir jetzt meine Entzündung angefangen, ähm, habe jetzt totaler Kältung und ein bisschen Fieber. Darum, ich möchte ja winter nicht anstecken. Und, ja, außerdem mit Weihnachtsdekoration und einem und da und drum und dran sind wir auch noch beschäftigt und, ja, das ist mir sowieso keine Zeit. Ich weiß, es ist doof, aber irgendwie ist es schwierig, einen Termin zu finden, als man denkt. Also, ja, ich weiß es echt nicht. Mir geht auf jeden Fall richtig doof. Richtig, hm, richtig, hm, ja. Und deswegen tut es mir auch ganz so leid, aber ich kann mich mit so angesprochenem Mandeln und rotem Hals bis schon mal ein Stück voraufnehmen, damit ihr was zu kochen gehabt. Ich würde es sehr gerne, aber ich möchte ihn nicht anstecken, er hat keine Zeit. Ich versuche es nochmal, und, ja. Dann verabschiede ich mich mal, und, ähm, tschüss, mach ein schönes Wochenende, falls ihr euch nicht zum nächsten Mal wiedersehen. Ich weiß es wirklich nicht. Dann, tschau. Dann, tschau. Dann, tschau. Dann, tschau.